Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Command and Conquer in General Zero Hour, wo wir eine der wohl längsten Missionen aller Zeiten halt haben. Und ich bemerke gerade, dass die Musik ein bisschen doch zu laut ist. Machen wir den mal ein bisschen runter. Damit halt entsprechend das alles hier so ein bisschen geschmeidiger ist. Du kannst da immer hin. Okay, der bleibt da. Was ehrlich gesagt gut ist. Ähm. Du kannst das holen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe kein strategisches Zentrum aktuell. Das sollten wir auf jeden Fall umländern. Ausgehen. Nehme neue Position ein. Sammelpunkt bestätigt. Kaparaturplattform ist auf jeden Fall ganz gut. Ich bin am überlegen. Okay. Hier ist halt noch nichts großartiges. Upgrade aktiviert. Einheit verloren. Okay. Ähm. Stimmt. Wir haben ja nur noch mit Dings zu tun. Wir machen das Bombardement. Wir machen das Bombardement. So. Das machen wir. So. Das machen wir. Das ist gut, dass wir die auf jeden Fall auch haben. So. Doh. Ach. Ihr könnt Speldrohnen bauen. Oh. Will du hier herauskommen? Da ist Platz für den. Okay, wir machen das Platte. Oh. 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 Ihr könnt da jetzt erstmal angreifen, so Die vier reichen mir auf jeden Fall erstmal aus, so Ich hab auch wieder meinen Tiff direkt parat Ihr könnt da jetzt einmal hin So Ihr könnt die einmal umnähen Okay Okay So Wenn ich den Hmm Kriege ich damit genug kaputt? Ich denke mal nicht Zumindest drei habe ich damit kaputt gekriegt Okay Du kannst auf jeden Fall in der Richtung hin Hmm 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 Ihr könnt dann jetzt eigentlich hier hin Hmm 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 Oh Verdammt Warum kann ich das nicht bauen? So Da müsstest du aber hinbauen So Immer bereit Bin unterwegs Jetzt übernehme ich Paketenleitsystem klar Gefechtsköpfe bereit So 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 Das sieht doch schon mal gut aus Ich lege das Fundament Guter Untergrund Das Gebäude gehört uns Upgrade aktiviert Einsatz bereit Nehme neue Position an Paketenwerfer bereit Schön dass ihr das seid Das ist schön dass das Ding halt Äh Neues Bauprojekt Ja hat er jetzt von Ja das ist gut Dann kannst du hier stoppen Das kannst du bauen Dann kann das eigentlich verkauft werden Das und Das Das Die Ebenfalls Das verkaufen Das verkaufen Ich verkauf das auch nicht aus Gründen dass ich Geld brauche Sondern ich verkauf es tatsächlich um Energie zu bekommen Das ist der einzige Hintergrund Ähm General Die Zerstörung des IBG Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität Sichern und schützen sie die Bohrtürme Sonst haben sie keine Chance Das weiß ich Sonst noch was soll ich voraus gehen Suche nur zerstör Ich bin der neue Eigentümer Einheit verloren. So, ihr könnt dann jetzt erstmal da hin, ihr könnt dann hier hin. So, der kann dann den angreifen. So, das funktioniert auf jeden Fall so. Ihr könnt da angreifen. Das geht hier schön zum Tunnelsystem halt. So. 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 das thema online sehr schön ihr kriegt auch unterstützung was passiert tun wir doch schon einheit verloren Ja, da bin ich gerade am Arbeiten. Gott sei Dank. Oh. Einheit verloren. Oh. So, und da die dort am Arbeiten sind. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr genial, wenn halt so eine riesige Rakete ankommt und dann meinen die nur so von wegen, oh, ich mach mal so einen kleinen Laser so, plupp, weg. Hm, okay. Dann machen wir das ganz einfach nochmal. Roto. Wobei ich glaube, hm. Aktuell macht es eigentlich ein bisschen mehr Sinn. Einheit verloren. Einheit verloren. Nee. Äh. Äh. Gettaschnisch habe ich eigentlich genug, also könnte ich jetzt hier direkt auch noch eine Dings heute hinbauen. Ähm. Wer hat das angeordnet? Für unser Land. Roger. Alles klar. Ich brauche ein Fahrzeug. Ich brauche ein Fahrzeug. Für unser Land. Komm du mal her. Für das Fahrrad. Wir bedroht. Alles klar. Waladin Panzer einsatzbereit. Okay, der nimmt ein bisschen mehr Platz. Das wird schon. Auch ein. Ähm. Wir werden auf jeden Fall den produzieren. Und. Genau. Du kannst da hin. Du machst auch Paladin Panzer. Du kannst direkt dort hin. Dort hin. Oh. General. Die Zerstörung des IBG Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Für das Vaterland. Für die Freiheit. Ich bin unterwegs. Vorräte sind unterwegs. Für alle was dabei. Schreibt mir eine Karte. Für die Freiheit. Poliert und bereit. Wir kämpfen für den Frieden. So. Der müsste eigentlich den und den anderen halt kaputt kriegen können. Vor allen Dingen, wenn ich halt Notreparatur mit dazu nehme. Das sieht doch gut aus. Los. Los. Sind unterwegs. Roger. Werden wir bedroht? Okay. Sie gehen vorbei. Sir. Loll. Warte auf Befehle. Einheit verloren. Panzer einsatzbereit. Jawohl Sir. Gehen wir. Alles klar. Wenn unterwegs. Du kannst zurück. Ja. Ihr könnt dann da hin und von dort aus geht es dann hier sowieso dann halt entsprechend weiter. Du kannst mit. Bei. Darüber wird nämlich die entsprechende ähm. Ach hier also nochmal so wunderbar schon schnell. Ähm. die scharf schützen halt entsprechend fertig gemacht die infanterie so feindlicher infiltrator geordnet einheit verloren ja da ist ein rocke dann für hier ein radorboggie ihr könnt Genau aus dem Grund habe ich das gemacht. Wir können ja auch noch ganz, ganz frech sein. Und zwar, wir haben ja noch den Heli hier und der ist sehr schnell, der ist sogar schneller zum Buggy. Das ist schön, dass du die Fahrer hast. So. 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 Wahrscheinlich wird das Gebäude hier auch noch mit Leidenschaft gezogen. So. 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 Errichtetes Gebäude. Einer der verheerendsten Waffen, die jemals gebaut wurden. Um Katastrophen wie bei den Angriffen auf die Raketenstellung in Asien zu verhindern, haben die Truppen der westlichen Allianz ihre Angriffe unterdessen verstärkt. Die Neutralisierung von Dr. Drex wäre zweifellos ein entscheidender Schlag gegen die Kampfkraft der IBG. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig. Das war James Seabury, Ihr Reporter von der Front. Es könnte sein, dass das jetzt schon die letzte Mission ist. Weil diese Ansage mit von wegen, das könnte schwierig werden, war so die letzte. Oh, wir sehen hier wieder halt, ne, da. Wir wissen, wo sich Dr. Drex aufhält. Er ist im Besitz von startbereiten Raketen mit chemischen Sprengköpfen. Die Zerstörung seiner Chemie-Tanks hat ihn zwar aufgehalten, aber wir müssen diese Raketen sicherstellen, bevor er sie zünden kann. General, aufgrund der zahlreichen Zivilisten im Zielgebiet müssen Sie den letzten Stützpunkt mit Bodentruppen attackieren. Besetzen Sie vier Raketensilos. Dank der Befreiung der Ölfelder von Amisbad stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Das ist gut. Wir müssen verhindern, dass Dr. Drex die Welt noch länger in Angst und Schrecken versetzt. Halten Sie ihn auf. Made in USA. Hier ist Platz für fünf. Ich weiß nicht, ob der Spruch Made in USA als überhaupt in der deutschen Fassung noch vorkommt. Sonst noch was? Das wird schon. Was gibt es zu tun? Ich werde auf jeden Fall doch schon die Luft... Ah... Okay... Ich bin zwar wieder ein Einstand generell, aber den Kunsthaft hat ich eigentlich schon ganz gerne. Hm... Die Rebellen, GBA im Osten... Das wären ja die hier. Wir kommen hier mit Cyborgs nicht weiter. Der Feind setzt fast ausschließlich Chemie-Waffen ein. Ihre Befehle, Sir. Made in Ihre Befehle, Sir. Spezialeinheit bereit. Suchen und zerstören. Ihre Befehle, Sir. Nehmen neue Position ein. Suchen und zerstören. Ihre Befehle, Sir. Werden unterwegs? Immer bereit. Ihr könntet allerdings... Da hin... Okay, das ist tatsächlich so, dass hier... Das ist sehr interessant und auch wirklich gut zu wissen, dass wir hier nämlich mit dem Dr. Trucks General halt auch zu tun haben. Das ist sehr nice. Das ist sehr gut. Ähm... Einheit verloren. Muss etwas repariert werden? Guter Untergrund. Ich werde gehorchen. Okay... Was habe ich hier alles? Ich habe... Unsere Basis wird angegriffen. Das heißt, ich brauche einen Palast. Das heißt, ich brauche einen Palast. Ihr könnt da hin. Dann braucht's... Du... Das... Das... General, die Eroberung der vier Raketensilos hat oberste Priorität. Ja, ja. Die vier Raketen starten waren all unsere Bemühungen umsonst. Ja... So... Ähm... Das ist... Das ist sehr nice. Du kannst das bauen. Du kannst das bauen. Allzeit bereit. Upgrade aktiviert. Das... Und damit habe ich schon mal erstmal keine Kohle mehr, aber... Es wird definitiv besser. Das ist sehr gut. Ich möchte erstmal die Punkte sammeln. Das ist sehr gut. Vieles schneiden. Ja widersch. Wir sind unterwegs. Blas. Wir bringen uns vorher Ab不能, Stefan. Das drinnen wir in. Der moderation. so wir können blindgranaten benutzen so das ist doch schön das ist gut so das bauen wir jetzt erstmal wie man hier übrigens auch sieht das Gefangenenlager haben wir nicht mehr das ist Teil von dem Strategiezentrum geworden das glaube ich auch wohl nicht Sie wurden befördert Einheit verloren Du kannst einmal die Gebäude hier erobern General die Eroberung der vier Raketensilos hat oberste Priorität wenn diese Raketen starten waren all unsere Bemühungen umsonst ich glaube der kommt hier nicht mehr raus oder doch kommt er das ist gut Einheit verloren Ich würde aber auch sagen ich beende hier den Part bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part Blöd heißt auf B wie man das zisch ab Untertitelung des ZDF, 2020